Herzlich Willkommen zu unserem zwölften Studium zu dem Thema Jüngerschaft. Wir haben letztes Mal in der letzten Stunde angefangen zu schauen, wie der Herr seine Jünger aussuchte. Wir haben gesehen, dass es Voraussetzungen gibt, wonach der Herr seine Jünger aussucht. Und diese Voraussetzungen haben wir besprochen und uns gefragt, ob wir denen entsprechen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass nicht jeder sich eignet zum Jünger. In dem Sinne, dass er willig ist, etwas zu lernen. Der Judas hat Jesus nicht gerufen. Denn Judas hat Jesus nicht gerufen. Und er kam und bot sich an. Aber er war nicht in der Lage, nicht weil es hätte nicht sein können, sondern von seiner Einstellung her war er nicht in der Lage, letztendlich sich belehren zu lassen und demütig und sanftmütig zu werden. Wir wollen heute in dieser Betrachtung einen Schritt weiter gehen. Wir wollen sehen, wozu der Jünger berufen ist und welches der Plan Gottes ist, wird am Ende der Zeit mit seinen Jüngern. Wir müssen also gewisse Voraussetzungen mitbringen. Das sind nicht Voraussetzungen, die uns zu irgendetwas befähigen. Nein, sondern ganz im Gegenteil, es sind Voraussetzungen, dass wir wissen, wir brauchen Gott, wir brauchen Belehrung. Wir sind willig, wie ein Schwamm aufzunehmen, die Lehren, das Wort und das Leben Jesu. Die elf Jünger, die Jesus sich ausgesucht hatte, die haben seinem Beispiel gefolgt. Sie waren nicht charakterlich entsprechend, aber sie waren in der Lage, sie hatten die Fähigkeit, sich belehren zu lassen. Sie hatten die Fähigkeit, wirklich sich von Gott leiten zu lassen. Diese Fähigkeit verliert sich immer mehr im Menschen. Und wenn diese Fähigkeit verloren ist, dass ich mich belehren lasse, dann was kann Gott noch für mich tun? Israel wird in der Heiligen Schrift, sagt Gott Israel, dass sie halsstarrig sind, das heißt dickschädlich. Mit anderen Worten, du lässt dich nicht belehren. Du bist Gott und du denkst, du weißt alles Besseres. Diese Fähigkeit, sich belehren zu lassen, die Fähigkeit demütig zu werden, durch den Wandel mit Christus, wird immer geringer unter den Menschen. Deshalb ist es entscheidend, dass wir uns fragen, wo stehen wir? Sind wir unter denen, die sich wirklich belehren lassen wollen? Oder sind wir unter denen, die schon alles wissen und nicht mehr lernfähig sind? Dann sind wir nicht viel wirklich zu gebrauchen als Jünger. Ein Jünger muss vertrauensvoll sein. Der Herr muss in ihn Vertrauen haben, dass er die Arbeit, die er ihm aufträgt, auch erfüllt. Und er muss fähig sein, in sein eigenes Leben das, was er gelernt hat, einzubinden. Er muss fähig sein, das Ganze nicht als eine Theorie aussehen zu lassen, sondern es hat sein Leben verändert. Eines der Dinge, der mir sehr bewusst ist, dass die Worte zwar wichtig sind, aber was wir letztendlich kommunizieren, was wir weitergeben, sind nicht gesprochene Worte. Nonverbale Kommunikation nennt sich das. Das ist auf das, was die Menschen schauen. Das ist das, was auch an Christus letztendlich so eine Macht hatte. Ja, es war das Wort, aber das Wort kam aus einem Leben, das mit dem Wort entsprach. So, das sind die Dinge, die wir mitbringen müssen, wenn wir Jünger Jesu sein wollen. Unsere heutige Betrachtung geht um die Ernte und die Erntehelfer. Das Ziel Gottes ist, eine Ernte einzufahren. Er sandte Jesus und er erwählte Abraham nicht um seines Selbstwillens, sondern er erwählte ihn, damit es eine Ernte gibt. Der Abraham sollte auf zum Himmel schauen und sehen, dass so viel wird Gott vermehren aus seinem Samen. Ja, die Erlösten, die es sich Gott unterstellt haben, sind Abrahams Samen, weil sie sind des Glaubens. So, wird der Abraham einen Samen haben aus unserer Zeit. Ich möchte auch zu ihm gehören, zu denen, zu den Kindern der Verheißung. So, es geht um eine Ernte. Und ja, es gibt, wenn man so will, Teilernten. Es gibt zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte, weil der Mensch ja sterblich ist, gibt es Situationen, wo wir sagen, das war eine Ernte. Die Felder sind weiß zur Ernte. Wir wissen, dass Jesus gearbeitet hat und dann am großen Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes haben sie die Ernte eingefahren. So, die eine haben gearbeitet als Sämann und die andere arbeiten als Schnitter. Und das gab es und gibt es auch heute. Aber ich möchte, dass wir den Blick auch ein bisschen weiter hinausschauen. Es gibt ein Finale, die tatsächliche Ernte, wo alles, was je gesammelt wurde, zusammenkommt. Wo am Ende die Ernte eingefahren wird. Und da wir am Ende der Zeit leben, wollen wir nicht eine Ernte einfahren, die nochmals die Zeit verlängert, sondern wir wollen zum Abschluss dieses Werkes kommen. Wir wollen, dass es zu unserer Zeit geschieht, dass Jesus kommt und die Ernte eingefahren wird. Deshalb müssen wir das Werk verstehen, wozu wir gerufen sind. Deshalb müssen wir verstehen die Not, die Gott hat. Und diese Not ist nicht, dass es nicht genug Korn gibt. Die Not ist, es gibt nicht genug Erntehelfer. Es gibt nicht genug Schnitter. Deshalb sagt uns Jesus, wir sollen etwas beten. Und das sagt er uns in Matthäus 9 und das wollen wir lesen. Matthäus 9, Abvers 35 Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. So, wir haben also eine Situation, die ist nicht so, dass es zu wenig Arbeit gibt. Nein, es ist nicht eine Situation, wo man die Däumchen drehen könnte und sagen könnte, ich habe nichts zu tun. Nein, sie ist umgekehrt. Es gibt so viel zu tun. Jesus sieht herum und er erkennt in den Menschen ihre Verlorenheit und er sieht, dass sie ermattet und vernachlässigt sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er empfindet Mitleid und er sieht diese Menschen als die Ernte, als das, was eingefahren werden soll in die Kornhäuser Gottes. Und dann sagt er zu den Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Wir finden eine ähnliche Aussage zu den Ernten in Johannes Kapitel 4, Abvers 35. Sagt er nicht, es sind noch viel, vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Oh, ich denke nicht, dass die Jünger damals verstanden haben, worum es Jesus ging. Vielleicht haben sie es auch. Er sagt ihnen, schau, die Ernte ist da und weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Das heißt, die Ernte ist die Frucht zum ewigen Leben. Damit sich der Sämen und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Das heißt, es ist ein Staffelwerk. Jemand fängt an, der andere macht weiter und so vermehrt sich die Frucht. So mancher erntet, wo ein anderer angefangen hat zu arbeiten und ein anderer arbeitet und ein anderer schneidet und führt das Volk zur Frucht, zum ewigen Leben. So Jesus braucht Mitarbeiter. Das ist seine große Not. Oh, wenn wir Augen hätten, hinein zu blicken in den Himmel. Hinein zu blicken und zu sehen, mit welcher Intensität Gott sucht nach treuen Mitarbeitern, nach Arbeitern, nach Erntehelfer, die sich doch erbarmen sollten des Volkes, das da ist, das da ist vernachlässigt, wie Schafe ohne Herde. Warum sind so viele, nein, warum sind so wenige Erntehelfer? Warum sind so wenige Mitarbeiter, die gehen und das Werk zusammen mit Gott tun? Warum sollen wir uns fragen, sind wir es? Sind wir wirklich Mitarbeiter, mit denen Gott rechnen kann, mit denen er wirkt, auf die er sich verlassen kann? Ich habe einen Satz gefunden in diesem Buch über die Rolle des Jüngers. In dem Buch, wo ich noch vorgelesen habe, in den Fußspuren des großen Arztes, es ist immer noch das zweite Kapitel und es ist die Seite 51. Und es geht hier um das Wunder der Vermehrung dieser paar Brote und der Fischer. Bei diesem Wunder empfing Christus von dem Vater. Er teilte es den Jüngern mit, die Jünger dem Volk und das Volk einer dem anderen. So werden alle, die in Christus vereinigt sind, von ihm das Brot des Lebens empfangen und es anderen mitteilen. Seine Jünger sind die verordneten Werkzeuge der Verbindung zwischen Christus und dem Volk. Der Satz, der mich beeindruckte, der etwas in mir auslöste, war dieser letzte Satz. Seine Jünger sind die verordneten Werkzeuge der Verbindung zwischen Christus und dem Volk. Was bedeutet das? Damit wir das verstehen und damit ich es auch besser verstehe, so male ich ein Bild davon, versuche es in ein Schema zu tun. Wenn das hier Gott ist. So haben wir hier Christus. Und er empfängt von Gott. Und er gibt es weiter an seine Jünger. Und die Jünger geben es weiter an die vielen Menschen, die hier sind. An die große Volksmenge. So, das ist die Ordnung. Das hier ist der Jünger. Er ist die Verbindung. Er ist das Werkzeug in Gottes Hand. Die Verbindung zur Welt, zum Volk. Ich glaube, dass wir das nicht wirklich verstanden haben. Sehr viele Menschen sagen heute so. Wir können ja niemanden bekehren. Und das mag eine Wahrheit sein. Aber es ist nicht wirklich die ganze Wahrheit. Es ist nur ein Teil. Und somit denken wir, dass Christus an das Volk gelangt, direkt. Und dann nehmen wir hier und sagen, das ist der Heilige Geist. So, denken wir, dass der Heilige Geist von Christus aus auf das Volk wirkt. Und auch das stimmt zum Teil. Aber wisst ihr, die große Not ist, dass wir nicht das komplette Bild der Wahrheit manchmal sehen. Und so sehen wir einen Bruchteil und vermengen den Bruchteil mit dem, was wir selber haben. Und siehe da, wir verstehen die Sache falsch. Deshalb brauchen wir immer den Faktor und den Kofaktor. Wir brauchen die zwei Elemente, die zueinander gehören, damit wir das Bild verstehen. Und wenn wir so denken, und so denken wir, ja, Christus kommt durch den Heiligen Geist und wirkt am Menschen. Ja, er tut das. Das ist das allgemeine Werk der Gnade, das an jedem Menschen passiert. Dass wir heute überhaupt Frieden haben, ist, dass der Heilige Geist auf der ganzen Erde wirkt. Aber er hat ja unterschiedliche Aufgaben. Und deshalb ist das ein Werk der Gnade. Aber wenn Gott das so vorgehabt hätte, warum sagt Jesus seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen? Warum sagt Jesus, ihr habt etwas zu tun für diese Menge? Warum speist er sie nicht direkt? Warum fällt nicht Manna einfach? So wie in der Wüstenzeit. Und jeder sammelt es sich auf. Jesus wollte eine Lehre vermitteln, die wir leider noch nicht verstanden haben. Sonst hätte der Herr mehr Mitarbeiter. Das Bindeglied, das Werkzeug zwischen Christus und der Welt ist der Jünger. nicht der Heilige Geist in dem Sinne, wie wir es verstehen. Wir wollen beide Aspekte betrachten. Ich möchte zunächst, dass wir schauen, ob wir das finden, nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch in den Worten Jesu. und dann wollen wir uns beschäftigen mit dem Werk des Heiligen Geistes. Weil, wenn wir da nicht alle Dinge kennen und den Überblick verstehen, dann welches ist unsere Aufgabe? Wozu sind wir überhaupt da? In seinem Gebet, dass Christus betet in Johannes 17. Ich glaube, da kommen beide Aspekte, die wir betrachten wollen, deutlich hervor. Der erste Aspekt, den ich erklären möchte, ist dieser. In Johannes 17, wo er folgendes sagt. Ich lese ab Vers 7. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. So, das war der erste Punkt. wenn die Jünger verstanden, dass alles, was Christus tat, von dem Vater kommt, dann konnten sie an ihn glauben, weil er musste den Vater offenbaren. Und das war der Glaube, den er ihnen vermitteln musste. Er musste ihnen vermitteln, ich komme vom Vater und alles, was ich tue, tue ich aus dem Vater. Ich bringe euch mit anderen Worten den Vater. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Christus. So, das ist der erste Punkt. Die Jünger mussten erkennen, dass Christus von dem Vater kommt. Sie mussten den Vater in Christus erkennen. Sonst wird es keine Verbindung gegeben. Wir wissen, dass Christus die Verbindung ist zwischen Gott und dem Menschen. Deshalb wurde er Mensch. Er ist die Leiter, die Jakob sah, wo die Engel auf- und absteigen. Er ist der Weg zum Vater. Aber jetzt sagt er folgendes. Wir lesen nicht alle Verse, sondern ab Vers 18. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So, ein Gedanke, denn ich möchte, dass wir ihn verstehen, in Bezug auf das, was ich vorher versucht habe, zu erklären. Gott hat uns in die Welt gesandt, oder besser gesagt, Christus sende es uns in die Welt, so wie sein Vater ihn gesandt hat. Er bringt den Vater und jetzt sollen die Jünger dasselbe Werk tun, das er tat, nämlich sie sollen, wenn Christus in ihnen wohnt, so, wenn Christus in ihnen wohnt, im Jünger, dann wohnt ja letztendlich der Vater dort und damit soll die Welt erkennen, dass sie eins sind. Darin soll die Welt erkennen, dass der Vater so ist, wie der Christ ihn darstellt. So, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. So, der Jünger ist quasi dann das Bindeglied, er ist das Werkzeug, wenn man so will, er tut ein ähnliches Werk wie der Herr, indem er etwas weitergibt, was er von Christus übernommen hat. Christus hätte doch die Jünger, die Engel schicken sollen, aber das hat er nicht getan. Es ist nicht im Plane Gottes, dass der Heilige Geist alle Menschen ohne das Wirken eines Menschen bekehrt. Es ist nicht im Plane Gottes, dass es so läuft, dass der Mensch darin nicht mit einbegriffen ist. Weil wir haben ja gesehen in all diesen Stunden des Studiums, der Jünger muss etwas lernen. Wir sehen von Jesus, als er auf die Erde kommt, er muss etwas lernen. Er muss Dinge lernen, die er weitergeben soll vom Vater. Jesus sagte, ich kann von mir aus nichts tun. So alles, was Jesus weitergab, hat er vom Vater gelernt, als Mensch. Als Mensch stellte er den Menschen dar, das Bindeglied zwischen Gott und dem Vater. Deshalb kam er auf diese Welt, damit er das dann weitergibt. Und die Jünger sollen es weitergeben und die sollen dann wiederum weiter Jünger machen. So, das ist der Plan Gottes. Der Jünger ist gesandt, so wie Gott den Christus sendet, so sendet Christus seine Jünger. Das heißt, die Verantwortung war groß auf dem Herrn für die Erlösung des ganzen Menschen. Aber es ist erstaunlich, Christus gibt diese Verantwortung weiter. Und er lädt uns alle ein. Und er lädt uns nicht nur ein, sondern er befiehlt es. Er sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. So, unsere Aufgabe als Jünger ist eine ähnliche, wie die Christus hatte. Nein, wir müssen nicht sterben für die Menschheit, wir müssen auch nicht die Sünden der Menschheit tragen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber wo unsere Aufgabe identisch ist mit der Aufgabe Christi ist, Gott darzustellen. Seinen Charakter durch unser Leben den Menschen zu zeigen, da ist unser Werk gleich mit dem des Herrn. Die Menschen müssen in uns Gott erkennen. Nur so werden sie Gott annehmen. Wenn die Menschen das nicht erkennen, werden sie Gott ablehnen. Und das ist die große Not. Wenn er böse, falsche Jünger hat, Menschen, die zwar mit dem Wort etwas sagen, aber etwas anderes letztendlich tun. Die aber in die falsche Richtung weisen. Dann gibt es hier Menschen, die sagen, das ist alles nur Heuchelei und sie wenden sich ab. Sie sind Atheisten und verneinen Gott, weil sie sagen, die die ihn darstellen, stellen ihn so dar, dass er unter keinen Umständen so existieren kann. Und so wendet sich die Menschheit ab. Und wir haben auch diese Texte in der Heiligen Schrift, wo wir gesehen haben, einer steht in Römer 2, 26 oder 24, wo es sagt, um euret Willen wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden. Ja, wenn hier nicht die Art Gottes zum Vorschein kommt, dann lästern die den Namen, den wir tragen, der aber nur eine Namensfragung ist und keinen Inhalt besetzt. So, wir müssen verstehen, als Jünger sind wir das Bindeglied, das Werkzeug in Christi Hand um der Welt Christus zu bringen, den Vater zu bringen, um ihnen deutlich zu machen, wie Gott ist. durch Wort und durch Tat. Wir haben in der Lektion den Abschnitt, wo Jesus, als er zum Himmel geht, den Vater, den Jüngern sagt, wartet, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wir haben gesehen, die Jünger haben gebetet, sie haben sich vorbereitet, sie haben die Kraft empfangen und dann fing das Werk an, der Evangelisation der Welt, der des Bringens der Botschaft Christi an den Menschen. Die Gemeinde wurde gegründet aus denen, die da, zusammen kamen. Wir brauchen heute auch den Heiligen Geist. Aber welches ist das Werk, das er tun soll? Was ist es? Wie soll es geschehen? Viele von uns kennen die Verheißung, wie es geschehen soll. Wir finden hier in Zacharia, dem Propheten Zacharia, Kapitel 4, Vers 6. Da antwortet er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrschalen, soll es geschehen. So, was ist es? Wie soll denn dieses Werk vonstatten gehen? Und dann mögen wir diesen Text hier benutzen und sagen, naja, es ist nicht durch Heer oder Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Herr wird das Werk ohne uns tun? Ist es das, was das Wort an Serubabel ist? Oder haben wir etwas nicht gesehen? Wird der Herr durch seinen Geist einfach die Welt zum Reifmachen zur Ernte, indem er uns überspringt? Ist das möglich? Oder soll gerade dieses Bild in Zacharia, wenn ihr es deutlich studiert, genau das vermitteln, was Gott sagen will, nicht nur an dieser Stelle, sondern immer wieder? Dass das Werk des Heiligen Geistes durch einen Menschen kommt, durch Serubabel. Ich möchte das lesen dort, wo wir es schon gelesen haben, in diesem selben Kapitel, in den Tagen seines Amtes, auf Seite 38. Nach dem Feuer aber redete Gott zu den Propheten in einem stillen, sanften Sausen. Wir kennen die Geschichte, Elia ist in der Wüste und Gott offenbart sich ihm und er ist weder im Donner noch im Blitz, noch im Erdbeben, noch im Sturm. Er kommt in einem sanften Sausen. So musste auch der Heiland selbst sein Werk verrichten. Nicht indem er Throne und Reiche umstürzte, nicht mit Prunk und äußerer Schaustellung, sondern indem er zu den Herzen der Menschen durch ein Leben der Barmherzigkeit und selbst auf Opferung redete. So wodurch sollte Christus, wodurch sollte dieses große Werk geschehen, indem Gott den Geist ausschüttert auf die Menschen? Nein, es sollte durch ihn geschehen. Er sollte die Offenbarung Gottes sein. Und wer war auf ihm? War nicht der Heilige Geist auf ihm? Kam er nicht wie eine Taube versinn bildet, als er getauft wurde auf ihn herab? Tat Christus je etwas, was er nicht durch den Heiligen Geist tat? Deshalb waren die Werke Christi der Ausdruck des Wirkens des Heiligen Geistes. Und hier ist es entscheidend, dass wir das Werk des Heiligen Geistes verstehen. Weil in demselben Kurs haben wir ja vor einigen Wochen gelesen, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Es kommt durch die Sanftmut, womit sein Wort mitgeteilt wird. Durch das innere Wirken seines Geistes durch die Gemeinschaft der Seele mit ihm, der ihr Leben ist. Wir haben diesen Text, diesen Satz nicht so richtig zerstückelt, aber wir werden es tun. Wir haben den anderen, der mich so fasziniert hat und der geschrieben wurde, in mein Herz gesehen, der ist der Nächste, die größte Offenbarung seiner Macht wird nicht erkannt, die größte Offenbarung seiner Macht wird erkannt in der menschlichen Natur, welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht. Und das haben wir besprochen, das ist der Jünger, in dem Christus, ja, Christus gibt, und das war auch der Auftrag des Wartens, Christus gibt nicht der Welt den Heiligen Geist, obwohl wenn wir in den Propheten Joghäusern sagen, mein Geist wird ausgegossen über alles Fleisch, ja, wodurch? Durch den Menschen. Deshalb kommt der Heilige Geist hier. Er kommt und Christus sagt, wartet, weil der Heilige Geist soll jetzt aus ihnen heraus die Welt beeindrucken. Die Worte, die jetzt diese Jünger reden, sollen kommen aus der Sanftmut. Sie sagt hier, das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, es kommt durch die Sanftmut, womit sein Wort mitgeteilt wird. Ich frage mich so manchmal, wenn ich so manchen Redner höre und sehe und ich frage mich selbst, wenn ich rede, ob das Wort mit Sanftmut kommt oder ob es wie ein Donner blitzen muss. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden im Sinne von einer Macht Darstellung von wie soll ich hier sagen, dass man Throne und Dinge umstürzt. Das Reich Gottes kommt durch die Sanftmut, womit sein Wort mitgeteilt wird, durch das innere Wirken seines Geistes, durch das innere Wirken seines Geistes, durch die Gemeinschaft der Seele mit ihm, der ihr Leben ist. So, wir wissen, dass der Heilige Geist das Leben Jesu in uns hineinbringt. Jesus hat gesagt, alles, was mein ist, das wird er nehmen vom Vater und wird es uns bringen und geben. Ganz wichtig ist es, der Heilige Geist wird nicht in dem Sinne wirken an den Herzen der Menschen, obwohl er dieses Werk auch hat. Aber das ist nicht das Werk der Bekehrung. Das ist das Werk der Gnade, des Haltens, des Vermittelns. Aber der Heilige Geist wirkt durch den Menschen. Ich glaube, dass wir das nicht verstanden haben. Ich glaube, dass wir in unserer leichten Verführbarkeit nicht verstanden haben, dass Gott dich und mich benutzen will als sein Werkzeug. Nicht wie ein Werkzeug, sein Bild, nicht ohne meinen Willen, in Zusammenarbeit mit mir, mit meiner völligen Hingabe meines Herzens, aber dass er durch mich und das nicht nur durch meine Worte und vielleicht die Worte das wenigst, sein Ebenbild darstellen, weil das ist die Macht, mit der das Werk beendet wird. Die Macht besteht in der Offenbarung, in der menschlichen Natur des Charakters Gottes. Das ist, was damals die Jünger beeindruckte, dass sie an Christus glaubten. das ist es, was die Welt heute beeindrucken wird, damit sie an Christus und an Gott glauben, wenn sie unser Leben sehen. Damit stehen wir in einer unheimlichen oder unheimlichen einer großen Verantwortung, der wir uns Rechenschaft geben müssen. Gott kann an den Herzen Menschen nur wirken durch einen Menschen, in dessen Leben der Heilige Geist zum Vorschein kommt. Ich möchte das noch ein bisschen deutlicher erklären. Es gibt ein Werk, das man mit Kraft nicht tun kann. In diesem letzten Werk der Verführung wird Satan große Wunder machen. Er wird Feuer vom Himmel fallen lassen, Kranke werden gesund. Es wird ein mächtiges, prunkvolles, starkes Werk sein. Geister Weissagung finden wir in Schrift von Ellen Wey dass wenn die Zeit gekommen ist, dann wird er große Wunder werden ihm erlaubt zu tun. Und wir leben kurz vor dieser Zeit. Aber wird das das sein, was die Menschen beeindruckt? Ja, viele. Viele werden dadurch verführt werden, weil sie denken, das ist jetzt das Reich Gottes, das ist es, jetzt wird durch Halleluja geschreit, durch große Stadions Arbeit mit tausenden von Gläubigen an einem Tag und dann denken wir wow, das muss es sein. Und genau das möchte der Böse denken, dass so es passieren wird, das Werk des Abschlusses. Aber es wird nicht so sein, zumindest nicht wie ich es lese in der Heiligen Schrift. Es wird großartig sein, ohne Frage. Aber wie? Wodurch wird es großartig sein? Es wird großartig sein, dadurch das am Herzen des Menschen von seiner Umwandlung von einem stolzen egoistischen Menschen zu einem liebevollen altruistischen Menschen. Dieses Werk kann niemand tun, außer der Heilige Geist. Und dieses Werk kann man nicht, auch wenn man es noch so möchte, mit äußerlichem Prunk, mit äußerlicher Gewalt tun. Nein, dieses Werk ist nur möglich durch das sanfte Wirken des Heiligen Geistes am Herzen des Menschen ein kontinuierliches Wirken. so wenn das jetzt das Herz des Menschen ist und wenn das hier das Herz des Menschen ist so ist es besetzt von dem Bösen von Stolz und Egoismus das ich bin Gott das ist das was im Herzen des Menschen ist so Herz des Menschen so wenn dieses Herz in dieses Herz muss der Heilige Geist hineinkommen und dieses Werk der Umänderung dass man hier dieses Ding übernimmt und von einer Stelle zur anderen wo auch immer der Geist wirkt die Ordnung macht bis der Mensch völlig von der Liebe eingenommen wird und Stolz und Egoismus nicht mehr da sind dieses Werk ist das Werk des Heiligen Geistes und dieses Werk kann nicht mit Heer oder Macht geschehen nichts ist im Stande das menschliche Herz mit Gewalt umzuendern es kann nicht sein das menschliche Herz ist nicht einnehmbar mit Macht und Gewalt diese Veränderung des Herzens ist nur durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich und dieses Wirken wird beschrieben in der Heiligen Schrift Jesus selbst nennt es wie wenn man Teig tut und Sauerteig darin und siehe da es wächst hinein über Nacht ist es ein völliger Sauerteig geworden so diese es ist ein ein inneres ein Werk das nicht mit äußeren Gebärden nicht mit Pomp nicht mit Macht geschieht sondern Tag für Tag stetig in der Hingabe des Menschen in der Zusammenarbeit des Menschen mit dem Heiligen Geist deshalb war Jesus ein Mensch des Gebetes deshalb verbrachte er die Nächte im Gebet deshalb suchte er Gott weil er brauchte diese Kraft er brauchte die Macht des Geistes in seinem Leben damit er nicht aus sich selbst etwas tut weil das wäre Sünde gewesen deshalb kam Jesus nicht so wie die Jünger ihn erwarteten er kam nicht mit äußerer Stellung er kam um ein Werk zu tun er kam sondern indem er zu den Herzen der Menschen durch ein Leben der Barmherzigkeit und Selbstaufopferung redete das ist das Werk Christi gewesen er redete und arbeitete durch ein Leben der Selbstaufopferung und der Barmherzigkeit Wollen wir das verstehen so wie in Christus das Werk getan wurde so muss es auch in uns getan werden nicht durch Herod Macht nicht durch Kampf man kann einen Menschen nicht zwingen sein Herz zu verändern weil er kann es nicht man kann einen Menschen nicht mit drohen dazu bringen dass er gläubig wird man kann ihn nicht sein Herz mit drohen verändern man kann es auch nicht mit Wunder tun man kann es mit keiner zur Schaustellung benutzten Weise tun dass das Herz des Menschen verändert wird es ist nur möglich durch den Geist deshalb sagt uns dort Gott durch den Propheten Zacharia in diesem wunderbaren Bild von dem Öl Baum und von dem Öl das da fließt und von dem Leuchter und er erklärt es dann dem Propheten und sagt sage Serubabel es wird nicht durch Heer oder Macht sondern durch meinen Geist geschehen der Geist Gottes ist die einzige Lösung für die Umwandlung des menschlichen Herzens und er beeindruckt einen anderen Menschen durch ein umgewandeltes oder sagen wir mal schon in Umwandlung befindliches Herz und das nicht durch ein Wunder nicht durch eine große Machtstellung sondern durch die Sanftmütigkeit durch die Barmherzigkeit durch die Selbstlosigkeit des Menschen der das Werk tut So kommen wir nochmal zurück und wollen das zusammenfassen Gott braucht Mitarbeiter er ist man könnte es so menschlich ausdrücken in großer Not auf der Suche nach Menschen die willig sind mit dem Heiligen Geist zusammen zu arbeiten damit sie durch ihr eigenes Leben die Welt von Gott beeindruckt möchte das lesen in dem Gebet Jesus steht genau dasselbe drin aber sehr häufig übersehen wir es schaut was Jesus sagt hier ab Vers 22 Johannes 17 und ich habe die Herrlichkeit die du mir gegeben hast ihnen gegeben was ist die Herrlichkeit er sagt vorhin ich habe dich verherrlicht im Vers 3 ich habe dich verherrlicht auf Erden ich habe das Werk vollendet das du mir gegeben hast damit ich es tun soll er war noch nicht am Kreuz und dennoch hat er das Werk vollendet in dem Sinne dass er Gott verherrlicht hat er hatte er hat Gott dargestellt wie er ist und jetzt kam er zum Abschluss seines Werkes und er konnte im Glauben nach vorne blicken dass das Werk vollendet ist und er hat die Herrlichkeit die Herrlichkeit ist die Offenbarung Gottes in Christus das ist die Herrlichkeit die Offenbarung Gottes in Christus und jetzt und ich habe die Herrlichkeit die du mir gegeben hast ihnen gegeben das heißt ich gebe ihnen denselben Charakter den du mir gegeben hast auf dass sie eins seien gleich wie wir eins sind ich in ihnen und du in mir damit sie zu vollendeter Einheit gelangen werdet sehen die Einheit ist nicht die dass man sich hier einig wird untereinander nein nein die Einheit wird da sein dass man alle denselben Geist hat denselben Charakter Christi trägt das ist die Einheit nicht von der Einheit der die Welt jetzt spricht dass man die Kirchen dass sie sich alle einigen und wieder zurückkehren zu dem alten katholischen Glauben und sie sich wieder alle vereinen nein nein das ist nicht die Einheit die hier steht obwohl diese verse verwendet verwendet um das darzustellen nein die Einheit wird sein ich in ihnen und du in mir ich in ihnen und du in mir damit sie zu vollendeter Einheit gelangen so wenn Gott in ihm ist und Christus in uns dann sind wir uns alle einig dann haben wir Einheit und damit die Welt erkennen und jetzt kommt es damit die Welt erkennen dass du mich gesandt hast so an uns hier am jünger an mir muss die Welt erkennen dass Christus von Gott gesandt wurde weil er gibt uns ja das Werk er gibt uns die Herrlichkeit er gibt es weiter dass du mich gesandt hast und sie liebst gleich wie du mich liebst Vater ich will dass wo ich bin auch die bei mir sein die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen die du mir gegeben hast denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt gerechter Vater die Welt erkennt dich nicht warum nicht ich aber erkenne dich und diese erkennen dass du mich gesandt hast so die Welt sieht Gott nicht die Welt hat keine Ahnung wer Gott ist aber er sagt diese ich aber erkenne dich ja ich ich habe deinen Charakter weil erkennen ist ich lebe mit dir zusammen und diese die du mir gegeben hast erkenne das auch und jetzt kommt und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen was was hat Gott getan was hat Jesus getan was ist der Name der verkündigt wurde alles andere als das Wesen Gottes selbst und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen damit die Liebe mit der du mich liebst in ihnen sei und ich in ihnen was ist hoche wunderbare Wahrheit und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen damit die Liebe mit der du mich liebst in ihnen sei und ich in ihnen was ist nun das Werk des Erntes und der Erntehelfer die Erntehelfer sind gerufen so wie Christus zu wirken ihr Leben ist das ausschlaggebende ihre worte sind nur ein teil davon ihre worte sind der ausdruck dessen der im herzen wohnt deshalb meine lieben geben wir uns Rechenschaft wenn Gott sagt bittet dem herrn der ernte dass er arbeiter sende was er damit meint sind wir uns bewusst dass diese Welt im Argen liegt weil die Erntehelfer fehlen weil zu wenig Mitleid da ist für die Welt die um ihr hirt wie Schafe ohne Hirten interessiert uns wirklich der Nachbar interessiert uns wirklich der andere oder sind wir so beschäftigt an unserem eigenen Leben mit unseren Bedürfnissen dass wir vergessen weshalb wir da sind dass wir nicht verstanden haben wohin es hingeht wie wird nun das Werk vollendet werden nicht durch Heer oder Macht es wird vollendet werden durch einen makellosen Charakter eines Menschen der den Charakter Christi trägt das wird die Macht sein welche die Welt beeindrucken wird die die noch lehrfähig sind die die noch sehen können und unterscheiden können also mancher mag es nicht mehr können so deshalb sollten wir heute verstehen das Werk eines Jüngers ist das Werk das in unserem Leben Christus zum Tragen kommen die Welt wird nur dann erkennen Christus in uns wenn durch den Heiligen Geist unser Herz ein umgewandeltes ist und er ruft uns zu jüngern bis das dieses Herz umgewandelt ist und dann erst fängt die ernte arbeit an in offenbarung kapitel 14 ab vers 1 lesen wir den abschluss offenbarung 14 offenbarung ist das ernte kapitel und hier sehen wir die erstlings frucht und ich sah und siehe das lamm stand auf dem berg zion und mit ihm 144 1000 die trugen den namen seines vaters auf ihren stirnen geschrieben wir sind die menschen die am ende der zeit sind die die nie sterben werden die umgewandelt werden die jesus kommen sehen wenn er kommt sie sie schmecken den tod nicht so wie henoch ihn schmeckte wie elia ihn nicht schmeckte sondern umgewandelt wurden und vom leben zum leben gingen das heißt von diesem irdischen zum ewigen genauso sind die 144000 die gruppe von menschen die ernte arbeiters die bis zum ende bestehen und durch die gott beweist dass er christus gesandt weil sie tragen den seinen namen die trugen den namen seines vaters auf ihren stirn geschrieben und ich denke dass wir das verstehen der name ist der charakter des vaters es ist eine große große aufgabe und verantwortung die uns da gott gegeben hat aber er hat es durch einen menschen bewiesen der mensch jesus christus der in verbindung mit seinem vater das werk wozu er gesandt wurde vollbracht und jetzt will er es durch seine jünger beweisen die seinen geist nehmen und mit diesem geist zusammenarbeiten und durch das leben das sie haben durch sanftmut und treue und beständigkeit der welt das licht zeigen nämlich dass es einen gott gibt der liebe ist nicht einen gott der egoistisch ist nicht einen gott der nicht anziehend ist und auch das herz des menschen durch seine liebe nicht zu sich zieht ein christ ein jünger jesu muss der liebevollste mensch sein er muss der geduldigste sein der sandmütigste der demütigste den gott hat und dadurch wird er der welt durch wort und ein leben gottes wesen offenbaren und daran kann niemand vorbeigehen das wird niemand leugnen können man mag die schrift nicht lesen man mag sie zur seite legen aber dann wenn auf den bildschirmen dieser welt die kinder gottes dargestellt werden in ihrem wirklichen wesen das sie durch ihren ihre beziehung zu gott erlangt haben wenn der charakter gottes inmitten der not am allerstärksten leuchten wird dann wird die welt erkennen und die die es erkennen zu ihren gunsten es annehmen und sich den jüngern jesu anschließen mitten in der verfolgung mitten wo alle sachen wohl sagen wir nein jetzt jetzt doch nicht nein das werk das gott durch seine dünne erwachen wird ist ein werke macht vom geiste gottes und das herz eines menschen wird erkennen dass das ist es das ist das worauf wir warteten das ist die erfüllung der sehnsucht unserer herzen diesem gott wollen wir genauso dienen wie diese jüngeren dienen dann wird die ernte eingefahren ich möchte an dieser finalen ernte dabei sein ich möchte einer derer sein die den tod nicht sehen wenn das so in gottes willen ist die mit aller hingaben mit allem was ich bin und habe das wesen jesu darstellen und wohin auch immer er mich tut dass mein ich nicht mehr hervorkommt dass meine sündige natur abgestorben obwohl sie da ist dennoch nicht mehr zum vorschein kommt sondern nur das wirken des geistes gottes in mir ich möchte so wie hier er weitschreibt die auserwähltesten erzeugnisse der kunst besitzen keine schönheit die mit der schönheit des charakters verglichen werden kann welche das wirken des heiligen geistes in der seele erzeugt das ist das werk das ohne her oder macht geschieht es kann nur durch den geist geschehen und das ist das werk an dem ich teilhaben möchte und ich möchte jeden von uns ermutigen in diesem werk das wir haben dass wir uns fragen was wir wollen dass wir sehen wer werden wir gerecht der aufgabe des auftragers den wir haben ich möchte eines tages eine große ernte haben weil jesus hat so gesagt der vater wird dadurch verherrlicht dass wir wenig oder viel frucht bringen natürlich viel frucht bringen und ich möchte viel frucht bringen jesus sagt wer da kerklich sät der wird auch kerklich ernten und wer da sät im segen der wird auch ernten ich möchte nicht kerklich sehen weil ich möchte nicht kerklich ernten das heißt auf deutsch ist die alte luthersprache wer wer mit wenig sät der wenig investiert wer in seiner hingabe zurückhaltend ist wer geizig ist der wird nicht die Fülle ernten aber der der gibt von allem was er von Gott empfängt und es umwandelt in ein Werk für andere der wird segen sehen und wird reichlich ernten der aber Samen reicht dem Sämann der wird auch das Boot reichen zur Speise und wird vermehren euren Samen und wachsen lassen das Gewächs eurer Gerechtigkeit dass ihr reich seid in allen Dingen mit aller Einfältigkeit das möge unser Ziel sein das möge unsere Erfahrung sein dass wir als gute Erntehelfer vertrauenswürdig treu unserem Heiland sind dass er mit uns in diesen letzten Tagen dieser Welt Geschichte die Welt beeindruckt gebe er uns viel Gnade dass das auch geschehen möge Amen und ah haben Vielen Dank.